und ein herzlich willkommen mit mir jeder schon bei advanced warfare wir spielen carl of duty mal wieder die erste folge ist eigentlich ziemlich gut angekommen bei euch ich darf den typen nicht zu sehr an hätten aber wenn wir mir hier ein bisschen auf die pelle hier rückt dann ist es ja auch irgendwie nicht so hundertprozentig meine schon diese partikel alter ich liebe sie nein 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 liegen bleiben meine freunde ich könnte eigentlich die waffe mitnehmen kleiner hühnerkind wir müssen rüber auf die andere seite ja verpiss dich folgen 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 können müssen wir hier lang nein das ist unser ziel wir müssen unser sprengteam finden wir haben die ganze straße zerlegt der havock werfer die nordkoreaner schalten damit wichtige straßen aus wir müssen um dieses loch herum um in den handelsdistrikt zu gelangen ja worauf warten wir denn ja lang digga krengteam 1 hier badger 01 seid ihr da? wir hören badger 01 wir nähern uns der position des halloferfers wenn ihr spiegel vorgenommen wird verstanden wir empfangen rücken zu fuß vor ankunft in 15 minuten ok 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 bei uns bei aber natürlich bei uns weil karl das sagt vielleicht ist so richtig hart damit ich hier gerade niemals stürm sicher vorwärts in den u bahn wagen meine freunde los 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 sicher los let's do it ab 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 meine freunde jetzt lang ach hier äh die bastere haben sie alle getötet konzentration wir können jetzt nichts mehr für sie tun mitchell mach das tor auf ich bin schon da mach es hoch ich liebe es meine freunde diese genauigkeit diese detailgetreutheit alter die beste ausrüstung das beste gehalt wieso bist du nie eingestiegen heute meinem land kein problem meine freunde sehr schön ein bisschen mehr kaputt würde ich mal so sagen und rüber zurück zurück aus der seite alter was die zerfetzen schon wieder ich muss mal ganz kurz mein Leben generieren brauche ich gar nicht ich bin 007 james bond hier beine hinter den höger alter zurück zurück und der beste moment kommt gleich erst das ist so richtig krass ob ich diese runde das noch schaffe ist eine andere frage da hinzukommen ich versuche meine Videos zu weit zu stellen gehen auf 10 minuten meine freunde da sind zu viele das ist so hart eskaliert wäre das wirf grenade vorwärts vorwärts meine freunde hopp 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 hier hoch hier wird gespeichert die fische waren ganz süß ok wo sind sie ja ja scheiße sie sind tot ok ok ich sehe ihre sprengsätze wir können das noch durchziehen wir sind kein sprengteam sind wir nicht aber wenn wir auf ein anderes sprengteam warten geht dieser werfer in position ich hole die ladungen gib mir deckung bist du sicher will ja ich schaff das ok mitchell du gehst mit 1 nimm diese drohenen ausrüstung wir decken dich legen wir los um nichts zu verpassen von advanced warfare kommentar